Ihre Sendung für morgen. Ich habe notiert, was geändert werden muss. Sie zensieren meinen Beitrag über frischen Fisch? Sie können so kurz vor Weihnachten nicht über einen angeblichen Karpfenmangel berichten. Die Amerikaner könnten glauben, die Deutschen seien demoralisiert. Aber es macht Ihnen nichts aus, dass die ganze Welt alles über die Judenverfolgung erfährt? Verfolgung? Nein. Die Judenfrage betrifft die nationale Sicherheit. Ich denke, die Amerikaner verstehen das. Die Bombardierung polnischer Zivilisten? Wir sind im Krieg, Miss Campbell. Wenn Sie wir sagen, meinen Sie dann Deutschland oder Sie und mich?